Hallo und herzlich willkommen in Year of the Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Im folgenden Video werde ich euch zeigen, wie ihr mit der kostenlosen Webseite leaches.org Schacheröffnung trainieren könnt. Leaches ist natürlich eine der bekanntesten Webseiten und komplett kostenlos. Ich werde euch zeigen, wie man mit der Eröffnungsdatenbank arbeitet, wie man Eröffnungsvarianten, die man sich anschaut, abspeichert, wie man Eröffnungsvarianten mit dem Computer trainiert und zum Schluss, wie man anhand von Großmeisterpartien die Eröffnungsvarianten so ein bisschen tiefer trainiert und ins Mittelspiel reingehen könnt, damit ihr auch Pläne lernt, Ideen lernt. Gehen wir rein. Ja, wir befinden uns hier auf der Webseite leaches.org. Hier geht man auf Werkzeuge, auf den Menüpunkt Werkzeuge und dann klickt man auf Eröffnungsdatenbank oder Analysebrett. Das ist letztendlich das Gleiche. Ich weiß nicht wieso, wenn man hier oder da klickt, kommt das Gleiche bei rum. Eröffnungsdatenbank. Gehen wir rein. Da haben wir die Eröffnungsdatenbank, relativ übersichtlich, ein Schachbrett hier. Und hier kann man die Variante auswählen. Standard ist natürlich das normale Schach. Der Rest sind die ganzen Varianten. Wir bleiben natürlich bei Standard und gehen wir mal und hier rechts sieht man die verschiedenen Eröffnungszüge. Ja, das ist die Eröffnungsdatenbank. Hier gibt es ein kleines Rädchen, ein Zahnrädchen. Wenn man da draufklickt, kann man die Datenbank wechseln. Ich habe jetzt die Masters-Datenbank ausgewählt. Das sind zwei Millionen Over-the-Board-Partien von Spielern mit einer Wertungszahl von über 2.200 viele Elo-Zahlen. Man kann auch die Leaches-Datenbank auswählen, aber dann hat man alles drin, was hier auf dieser Webseite gespielt wird. Kann man machen, um zu vergleichen zum Beispiel, wie häufig wird eine bestimmte Variante von Topspielern gespielt oder wie häufig wird im Vergleich dazu eine Variante von Amateuren gespielt, zum Beispiel. Weil die meisten Partien, die abgespeichert sind auf Leaches, sind natürlich auch aus dem Amateurschach. Ich bleibe jetzt mal beim Masters. Fertig. Bleiben wir dabei. So, und jetzt schauen wir uns mal eine bestimmte Eröffnung an. Ich will zum Beispiel jetzt sagen wir mal E4 und dann kommen die ganzen Antwortzüge hier, die verschiedenen Antwortzüge. Ich will jetzt zum Beispiel wissen, was kann ich gegen Französisch machen? Französisch ist E6. Ich will wissen mit Weiß, ich will eine Idee haben, was spielt man dagegen? Ihr seht es, D4 ist der absolute Hauptzug hier. 114.000 Partien in der Datenbank. Dann kommt noch D3, Springer F3 und so weiter. Aber D4 ist mit großem Abstand der Hauptzug. Gehen wir rein, D4. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein Beispiel mit der französischen Verteidigung. Das ist Maß, das kann man für alle anderen Varianten und Eröffnungen natürlich übernehmen, was ich hier mache. So, der Hauptzug nach D4 ist D5, das ist die französische Verteidigung. Das ist hier ja die Grundstellung im Prinzip. Hier gibt es zwei bis drei Hauptzüge, Springer C3 58.000 Partien, Springer D2 38.000 Partien, Springer C3 58.000. Und ganz wichtig übrigens, um ungefähr einen Überblick zu bekommen, wie erfolgreich ist eine Variante bei Topspielern, sieht man hier die Prozentzahlen. 36 Prozent punktet Weiß, 41 Prozent Remi, 23 Prozent Schwarz. Also, das ist ein typischer Wert für Eröffnungsanzugsvorteile. Also hier hat Weiß einen Anzugsvorteil und punktet relativ ordentlich mit 36 Prozent. Das gleiche übrigens für Springer D2 ist im Prinzip der gleiche Wert. Weicht nur um ein Prozent in der Mitte ab. E5, die Vorstoßvariante, punktet ähnlich gut, 35 Prozent. Alle anderen Züge hier, oh, wir haben 40 Prozent da unten, Läufer D3. Aber das ist ein seltener Zug, Läufer D3. Die fleißigen Gucker von TBG wissen, dass ich diesen Zug immer wieder mal spiele im Blitzen. Ist aber eine Nebenvariante. Gehen wir jetzt mal rein mit Springer C3 hier. Ich tue jetzt mal so, als ob ich eine bestimmte Variante trainiere. Läufer B4, E5, C5, das ist Französisch, A3, Läufer schlicht C3, B schlicht C3, Springer E7. Hier gibt es mehrere Varianten. Dame G4 ist der Hauptzug, attackiert den Bauern G7. Rochade und Dame C7 sind die Hauptzüge. Rochade, Läufer D3, Springer B6. So, jetzt haben wir diese Stellung erreicht hier, in dieser Tiefe. Und hier gibt es mehrere Fortsetzungen. Dame H5, Springer F3, Läufer G5. Wenn ich jetzt wissen möchte, was das Beste ist, muss ich natürlich auch die Engine einschalten. Hier oben schaltet man die Engine ein. Die gibt jetzt hier plus 1 an. Ein bisschen viel wahrscheinlich. Aber gut. Um jetzt zu wissen, um sich ein Repertoire aufzubauen, muss man natürlich in der Tiefe auch alle möglichen Züge natürlich sich kurz anschauen. Ich würde jetzt hier bei Dame H5, ich mache mir jetzt ein paar Notizen, Springer F3, dann taucht die Springer F3 auf und Läufer G5. Ich mache jetzt hier mal Stopp, für euch auch, damit das hier nicht zu sehr in die Tiefe geht. Und mache mir sozusagen eine Memo, dass ich diese Stellung hier analysieren möchte. Später mal. Mit Springer F3 auf AG5, Dama H5. Ich weiß nicht, was der beste Zug ist. Und das Ganze möchte ich jetzt aber abspeichern, weil ich möchte nicht, dass das verschwindet. Und dafür sind die Studien auf Leaches gedacht. Man klickt hier auf diese drei Striche. Dann klickt man hier auf Studie. Und dann Studie erstellen. Ich kann natürlich auch in einer vorhandenen Studie meiner Studien das abspeichern. Ich mache jetzt aber eine Teststudie. Studie erstellen. Ich nenne die mal Test. Ich mache die jetzt mal nicht öffentlich hier. Man kann ja einstellen, ob eine Studie öffentlich ist oder ungelistet oder nur mit Einladung. Da kann man Leute einladen. Aber ich will jetzt nicht zu viel das Studienthema hier erörtern. Wichtig ist einfach hier Studie erstellen. Start. Und dann ist die abgespeichert. Das ist jetzt eine Studie hier. Ihr findet die Studien übrigens, wenn ihr unter Lernen geht, Menüpunkt Lernen und dann Studien. Und dann meine Studie hier. Und dann seht ihr hier Test. Da ist die Studie. Die geht nicht weg. Das ist wichtig. Warum? Damit ihr das, was ihr euch anschaut, natürlich auch abspeichert. Ansonsten macht das natürlich wenig Sinn. Ihr könnt euch ja nicht dann automatisch an die Sachen erinnern. Und ihr wollt ja auch später vielleicht mal wieder reinschauen, was ihr euch eingeschaut habt. So, diese Variante, die ich jetzt hier eingegeben habe in dieser Studie, ist relativ oberflächlich. Aber vom Prinzip her ist das immer das Gleiche. Sagen wir mal an der Stelle hier Springer C3, Läufer B4, E5. Ihr seht es auch, es gibt auch andere Züge hier, aber E5 ist der Hauptzug, C5 ist der Hauptzug, A3 ist der Hauptzug, Läufer C3, BC3. Hier gibt es auch andere Züge zum Beispiel, Dame A5 und Dame C7. Machen wir in den Memo rein. Dame A5, hier Läufer D2 mit Abstand der Hauptzug, Dame A4 und hier gibt es verschiedene Züge für Weiß. Ich mache mal Dame G4, Dame B1 und Springer F3, so als Memo. So, das wird alles jetzt automatisch abgespeichert in der Studie hier. Da müsst ihr nichts mehr machen. Ich gehe mal zurück zur Stellung nach Läufer C3, BC3. Hier gibt es noch Dame C7 als sehr wichtigen Zug. Ich kenne natürlich auch hier die Theorie, zumindest ein bisschen. Dame G4 wieder. F5, Dame G3, CD4 und hier CD4 und hier Springer E7, der Hauptzug. Und das gebe ich hier ein, zum Beispiel Läufer D2 oder Springer E2. Hier muss man gucken, 60% punktet Springer E2, gilt als bester Zug hier. Springer E2, bumm. Das gebe ich mal ein hier und ihr seht, die Studie wächst. Hier werden die Varianten angezeigt und so könnt ihr immer wieder zu den Varianten zurück, die ihr euch mal angeschaut habt. Wichtig ist natürlich auch mit der Engine, euch das Ganze anschauen. Immer laufen lassen, hier kann man ein- und ausschalten. Hier wird zum Beispiel plus zwei angezeigt, zeigt die Engine an. Also großer Vorteil für Weiß, wundert mich ein bisschen. Genau, so legt man eine Studie an. Dann ist die halt abgespeichert hier. Ich gehe mal wieder zu Unterwerkzeuge, Eröffnungsdatenbank. Ich habe keine Angst, die Studie ist da. Ich gehe dann wieder zurück zu Lernen, Studien. Meine Studien hier anklicken und dann Test, da ist sie. Und alle Varianten, die ich gerade eingegeben hatte, die sind abgespeichert. Das verschwindet nicht. Ganz wichtig. Ihr könnt innerhalb einer Studie natürlich viele andere Sachen auch noch machen. Ihr könnt Kommentare eingeben, Markierungen und solche Sachen. Ihr könnt auch Pfeile machen. Das geht auch zum Beispiel hier an der Stelle mache ich mal ein Pfeil jetzt hier. Dame G4. Greift den G7 an. Wir werden Pfeile gemacht, das nochmal als kurzer Hinweis, mit der rechten Maustaste. Und dann kann man mit den Tasten Steuerung, Alt oder Umschalten so ein bisschen rumprobieren. Und dann ändert sich die Farbe. Rot ist zum Beispiel, wenn ich Steuerung klicke und dann ziehen. Auf ein Feld klicke mit der rechten Maustaste ist halt ein Kreis. So, gehen wir zurück zur Eröffnungsdatenbank. Machen wir mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, ich wollte euch ja zeigen, wie übt man das mit dem Computer. Wie übt man das mit dem Computer. Ich mache jetzt mal eine andere Variante, die ich nicht kenne. D4. Ich spiele normalerweise kein D4. D5. C4. Damen Gambit. C6 ist ja der häufigste Zug unter Profis. Erstaunlich. Ich hätte gedacht E6 eher. Machen wir aber mal E6. Springer C3. Springer F6. Das ist Damen Gambit. So, wir befinden uns noch sehr früh in der Theorie. CD5 ist eine der Varianten. Läufer G5 gibt es. Na? ED5 hier. So, Läufer G5. Läufer E7. E3. So, es ist noch ein bisschen zu früh, um mit dem Computer zu üben. Weil hier sind wir noch voll im Theoriebaum. Hier gibt es noch zu viele Züge. Man kann hier noch gar nicht groß was falsch machen. C6. Läufer D3. Springer BD7. So, fangen wir jetzt mal an. Wenn man mit dem Computer üben möchte, dann muss man hier auf diesen, was auch immer das ist, diesen Kreis hier. Das sieht aus wie so eine Zielscheibe. Üben. Übe mit dem Computer. Da klickt man drauf. Und dann steht jetzt hier Hinweis anzeigen. Da kann man klicken drauf. Mache ich jetzt aber nicht. Und jetzt muss ich Züge eingeben. Ich gebe damit C2 an. Ich glaube, das ist sogar der Theoriezug. H6. Ihr seht es. Du bist guter Zug. Auch möglich war Springer F3. So, übe ich jetzt weiter. Mein Läufer ist angegriffen. Man kann schlagen. Man kann zurückgehen. Ich gehe mal zurück. Er sagt, ist okay. Guter Zug. Ich bin dran. Was spiele ich jetzt hier? Springer F3 oder Springer E2? Ich muss den Springer entwickeln. Ist egal. Ich mache Springer F3. Sagt, ist okay. Auch möglich war Springer GE2. Jetzt muss ich ruhig hier vermutlich. Springer E4. Greift mein Läufer an? Ja, werde ich wohl schlagen. Oh. Das war eine Ungenauigkeit. Seht ihr? Ich kenne die Theorie sehr schlecht. Offensichtlich in dieser Variante. Und so übe man Varianten. Und der Computer zeigt, nee, das war schlecht. Ich gehe mal zurück. Nicht Läufer E7, sondern Läufer E4. Der Beste. Läufer schlägt H4. Er schlägt auf H4. Also jetzt bin ich dran wieder. Jetzt ist mein Läufer angegriffen. Ich kann Schach geben oder zurückgehen. Ich kenne die Theorie hier nicht. Ich mache mal Läufer D3. Sieht für mich logisch aus. Oder soll ich einen Schach geben? Den könnte ich hier in die Ecke? Weiß ich nicht. Ich gehe mal zurück. Auch möglich war Läufer H7. So übt man mit dem Computer. Oder die Eröffnungen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich mache jetzt mal einen schlechten Zug. Er hat gezogen. Ich mache jetzt mal einen schlechten Zug. Springer D5. Grober Patzer. Am besten war Turm AE1. Dann kann man auf Turm AE1 klicken. Auf den Zug. Und dann führt der Computer für dich den Zug aus. Und dann kann man wieder zurückgehen. Ihr könnt auch in der Notation auch immer irgendwo hinklicken. Und hier auf Übung fortsetzen klicken. Und von da aus wieder reingehen. Ist im Prinzip auch selbsterklärend. Ich habe das bisher auch noch nie so richtig geübt. Wenn ich ehrlich bin. Das ist so eine Art Drill. Den man macht. Mit dem Computer. Das kennt man auch von anderen Seiten. Ich finde das ehrlich gesagt nicht perfekt gelöst. Hier aber es ist halt auch eine kostenlose Webseite. Und dafür ist es auch sehr sehr gut gemacht. Es ist ein bisschen hakelig. Man weiß manchmal nicht wo man hinklicken soll. Ja. Das sind so die groben Säulen. Und jetzt kommt eine ganz ganz wichtige Säule noch. Ich gehe mal wieder auf in die Studie rein. Studien. In die Studie die ich angelegt habe. Testweise hier für das Video. Und zwar französisch hier. Diese Variante. Springer E7. Dame G4. Ruchadelhofer D3. Und ich hatte euch ja gesagt. Ein wichtiger Baustein um Eröffnungen zu lernen. Ist Großmeisterpartien nachzuspielen. Um. Ein Gefühl zu bekommen. Wie ein Großmeister in einer bestimmten Stellung spielt. Oder eine bestimmte Stellung generell spielt. Ja. Dafür klicken wir wieder hier auf das Buch. Ähm. Okay. Wir müssen noch ein paar Züge eingeben. Und jetzt kommen. Seht ihr hier unten. Hier unten tauchen Partien auf. Es ist allerdings noch ein bisschen früh. Weil wir haben noch super viele Züge. Also es gibt noch super viele Partien. Machen wir mal Läufer G5 hier. Läufer G5. Denn dieser Zug punktet sehr gut. Läufer G5. 53%. Das ist heftig. Dame A5. Greift C3 an. Und hier Springer E2 deckt den Bauern. Und hier Springer E2 deckt den Bauern. Das ist zum Beispiel eine Stellung. Und hier kommt ein großes Problem. Wenn ihr nur die technischen Möglichkeiten nutzt. Einer Webseite wie Leechs. Und euch Varianten anschaut. Ihr werdet keine Erklärung bekommen. Es gibt ja keine Erklärung. Das ist ja kein Buch. So wie ein Theoriebuch von einem Verlag. Wo drin steht. Dieser Zug ist schlecht. Oder dieser Zug ist gut. Weil. Und so weiter. Dann wird eine Begründung. Die Begründung fehlt. Ihr werdet häufig wie ein Ochs vom Berg stehen. Und denken. Warum ist das jetzt ein schlechter Zug? Oder warum ist das ein guter Zug? Es gibt zwei Möglichkeiten eine Antwort zu finden. Antwort A ist. Ihr spielt Großmeisterpartien nach. Und dann werdet ihr natürlich vom Gefühl her immer besser. Wenn ihr zum Beispiel. Sagen wir mal 100 Partien nachspielt von dieser Variante hier. Alle die hier angegeben werden. Plus noch mehr wenn man hier auf die Züge klickt. Dann werdet ihr irgendwann ein sehr sehr gutes Gefühl haben für die Variante. Das ist sehr sehr logisch. Das machen viele Vereinsspieler. Fortgeschrittene Spieler. Das ist eine ganz gängige Methode. Eine andere Methode ist. Den Zug einzugeben. Zum Beispiel hier. Ich frage mich zum Beispiel. Warum kann Schwarz hier mit C4 nicht eine Figur gewinnen? Das ist ganz wichtig. Sich solche Fragen zu stellen. Der Läufer hat kein Feld. Ich vermute mal wegen Läufer schlicht H7. Weil man hier opfern kann. Oder Läufer F6. Ich weiß es nicht. Läufer H7. Dama H4 Schach. Ich rechne es gerade. Das ist der Grund. Dann mache ich die Engine an. Und die Engine wird mir die Antwort geben. Die Engine sagt Läufer H7. König H7. Dama H4 Schach. König G8. Und Läufer E7. Ich gewinne meine Figur zurück. Und so kriege ich eine Antwort. Auf meine Frage. So muss man das im Prinzip immer machen. Ja. Wenn man sich fragt. Ja. Warum geht der oder der Zug nicht? Warum spielt die Engine? Warum ist das kein Theoriezug hier? Warum ist F6 zum Beispiel kein Zug hier? Wird nicht gespielt. Ihr seht. Plus 4. Ist ein schlechter Zug. Warum? Weil ich den einfach nehme. Und wenn er mit dem Bauern nimmt. Kommt Läufer H6 Schach. Und ich gewinne hier. Einen ganzen Turm. König F7. Ich kann ja die Züge eingeben. Die da oben stehen. Und dann halt gewinne ich. Gehen wir zurück. In dieser Stellung hier. Seht ihr. Ist der Hauptzug Springer G6. Und jetzt kommen wir nochmal zum Abschluss. Zu der Sache. Die ich gemeint habe. Großmeisterpartien nachspielen. Ihr klickt einfach auf diese Großmeisterpartie hier. Hier ist eine Partie zwischen Peter Leko und. Aha. Nicht schlecht. Ich klicke da drauf. Und er gibt mir eine Möglichkeit. Und zwar. Ich kann die Partie mir anschauen. Ich kann sie in die Studie einfügen auch. Machen wir mal. Und dann wird die in die Studie eingefügt. Das kannte ich noch gar nicht. Bei einer Studie. Ihr seht schon. Die Studien. Sind diese Studien. Diese Programmierung von dieser Studie. Ist wirklich einzigartig. Auf Leechest. Und ist wirklich cool. Ich kann sie mir aber auch. Die Partie kann ich mir aber auch anschauen. Komm. Ich möchte sie mir anschauen. Und dann öffnet sich ein neues Fenster. Und dann kriege ich eine komplette Analyse. Hier. Ihr seht es auch. Mit dieser Partie. Von Leechest. Ja. Und das empfehle ich. Wenn ihr eine Eröffnungsvariante tiefer kennenlernen wollt. Dann geht rein in die Großmeisterpartien. Und spielt die Partien nach. Das muss nicht irgendwie in einem irren Tempo sein. So in dem Tempo ungefähr. Ja. Das kann auch euch. Das könnt ihr auch selbst regeln. Einfach wie schnell ihr es durchspielen wollt. Ich habe mir inzwischen so ein Tempo angewöhnt. Sowas hier. Dann gucke ich. Ja. Irgendwann tauchen dann Fragen auf im Kopf. Dann denke ich mir. Warum macht er nicht den? Warum macht er den? Dann klicke ich. Gebe ich den Zug ein. Gucke. Was die Engine sagt. Ach so. Alles klar. So. Aber ganz bis zum Schluss nachspielen. Ganz wichtig. So. Ich mache das jetzt mal schnell. Genau. Die Partie ging auch nicht so lange. Bis hier hin. Und Weiß hat gewonnen hier. Ich sehe dann am Ende. Weiß ist hier eingedrungen. Rot-Matt. Und Schwarz kann nicht viel dagegen tun. Hier gab Morosevic auf. Weiß hat auch eine Qualität mehr. Plus 10,4 sagt die Engine. Total auf Gewinn. So. Das war mein Video. Zum Thema. Wie lerne ich. Wie lerne ich. Wie lerne ich Schacheröffnungen auf Leaches. Ist natürlich sehr, sehr kurz geraten. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr grob. Aber es sind vier Säulen. A. Ihr geht hier. Auf Werkzeuge. Dann Eröffnungsdatenbank. Dann habt ihr hier die Eröffnungsdatenbank. Hier könnt ihr die Züge eingeben. Dann speichert ihr das ab als Studie. Das habe ich hier gemacht. Wie macht man das? Indem man hier auf die drei Striche geht. Dann klickt man auf Studie. Nee, das ist jetzt eine Studie. Deswegen kann ich das nicht abspeichern. Hier auf Studie klicken. Dann wird das abgespeichert. Dann hat man die Studie. Die Studie findet man dann unter Lernen. Ganz wichtig. Dort kannst du die immer wieder hervorkramen. Dann kannst du halt mit dieser Zielscheibe Züge trainieren. Hier. Wer ist dran? Weiß ist dran. Ich glaube, Weiß hat hier rohiert in der Partie. Nee, nee, nee. Moment. Jetzt droht C4. Ich muss... Nee, C rohade. Seht ihr? B5, sagt die Engine. Aber B5 ist noch keine Theorie. Wie geht es hier weiter? H4. Jetzt muss ich ihn nehmen. Ja. Ungefähr so. Weiter weiß ich schon nicht. Das ist aber alles noch okay, sagt die Engine. Seht ihr? Aber ich weiß es nicht mehr. Gut. Das ist mit der Zielscheibe die Varianten trainieren. Dann halt Partien. Die kramt hier raus, indem ihr in der Eröffnungsdatenbank hier... Solange Züge angezeigt werden, werden noch Partien angezeigt. Die Partien rauskramt. Hier zum Beispiel auch diese Partie hier. Dominguez gegen Yusupov. Kann man sich anschauen. Gleiche Variante. Hier gibt es noch gar keine Analyse. Erstaunlich. Ja, ihr könnt auch Computeranalyse anfordern. Oder gleich die Engine anmachen. So, das war es von mir. Leaches Tutorial. Wie lerne ich Schacheröffnung mit Leaches? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist lehrreich. Das Video richtet sich insbesondere natürlich an Anfänger, Amateure. Trotzdem die Frage, wie lernt ihr Schacheröffnung? Benutzt ihr diese Funktion von Leaches? Würde mich mal interessieren. Gerne Kommentar hinterlassen. Daumen hoch und gerne meine anderen Kanäle abchecken. The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Macht's gut.